Auguste Rodin lebte von 1840 bis 1917 und zählt zu einem der berühmtesten Künstler der Welt. Rodin wurde am 12. November 1840 in Paris geboren und verstarb 1917 in Médon. Diese Plastikschufe zwischen 1890 und 1891. 1969 wurde sie in Bronze gegossen. Sie ist relativ groß und glänzt silbrig, was durch das nachträgliche Polieren und Behandeln der Bronze kommt. Das Thema dieser Skulptur ist die Balance, welche durch die schwebende Haltung der Figur ausgedrückt werden soll. Für diese Wirkung ist auch die übergeordnete Form der Skulptur sehr wichtig, welche ein schmales, langgezogenes Dreieck ist. Es entsteht aus drei einzelnen Linien im Körper der Frau, entlang des Armes, des Beines und des Oberkörpers. Dadurch entstehen Knotenpunkte von Linien an der Hüfte, der Schulter und dem Brühepunkt von Hand und Bein. Die Form des Dreiecks und somit einer Geschlossenheit in sich entsteht in vielen von Rodins Werken. Schon im nächsten Raum hier in der Ausstellung sind von ihm auch noch Léternel Idol und Femme d'Amné zu sehen. Bei genauerer Betrachtung lässt sich auch bei diesen beiden die Grundform des Dreiecks finden. In der Figur Volant wird nur eine der beschriebenen Linien über das Dreieck hinaus fortgesetzt. Es ist das rechte Bein der Skulptur, das, um die Balance zu halten, leicht angewinkelt vom Körper weggestreckt ist. So entsteht eine Diagonale, die mittig über dem Sockel und dem nach unten weggestreckten Bein verläuft. Dargestellt ist hier der Körper einer weiblichen Figur, deren linker Unterarm, linkes Bein und Kopf nicht ausgeformt sind. Stattdessen sitzt an der Stelle des linken Beines der Sockel. Die Figur scheint über ihm das Gleichgewicht zu halten und zu balancieren. Der rechte Arm stützt sich dabei auf das rechte Bein. An sich sind alle Körperpartien der Frau genau ausgearbeitet und gut zu erkennen, da sie komplett unbekleidet ist. Die Oberfläche der Figur ist bis auf den Sockel und die Rückseite komplett poliert und daher glatt. Die Haupt- und Vorderansicht der Skulptur ist von vorne auf den Körper guckend, da dort der Aspekt der Balance am besten zu sehen ist und da die Rückseite überhaupt nicht richtig ausmodelliert ist.